Ihr denkt, ihr habt schon alles über dieses Laurel-Yanny-Ding gehört? Ich denke, ich hab da noch was für euch. ARD Text im Auftrag von Funk Für alle, die es verpasst haben, die große Debatte um welche Farbe hat das Kleid Weiß-Gold, Weiß-Gold-Forever, ist zurück in Form einer Audiodatei. Yerry, 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 Yerry. Was hört ihr, Laurel oder Yanny, stimmt hier oben ab? Wie kann es sein, dass Menschen zwei so unterschiedliche Wörter wie Laurel und Yanny verstehen? Hier drei wissenschaftliche Erklärungen. Nummer eins, wir hören höhere Töne verschieden gut. Dylan Bennett, ein Game-Developer aus Portland, hat dieses Video mit der Welt geteilt, wo er demonstriert, dass die tieferen Tonfrequenzen eher nach Laurel und die höheren eher nach Yanny klingen. Laurel. Laurel. Steve Pomeroy, ein Software-Ingenieur aus Boston, hat fünf verschieden hochgepitchte Versionen über Twitter geteilt. Je höher der Pitch, desto eher hört man Laurel. Yerry, 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 Yerry. Und die New York Times hat ein kleines Slider-Tool erstellt, womit man selbst herausfinden kann, ab wann man Laurel oder Yanny hört. Wer besser höhere Frequenzen hören kann, hört also eher Laurel. Das kann zum Beispiel am Alter liegen. Je älter die Ohren, desto schlechter hören sie, hören sie, hören sie höhere, hören sie hohe Töne. Nummer zwei, Tonhöhen sind subjektiv. Tonhöhen können zweideutig wahrgenommen werden. Die Musikpsychologin Diana Deutsch hat das anhand des sogenannten Triton-Paradox untersucht. Das machen wir jetzt hier auch. Doch ich spiele euch jeweils zwei Töne vor und ihr seid mir, ob die Tonfolge aufsteigend oder absteigend ist. Das heißt, ob der zweite Ton höher oder tiefer ist als der erste. Vier Beispiele, bitte. So, für mich war das jetzt gerade aufwärts, aufwärts, abwärts, aufwärts. Aber ihr hört vielleicht etwas völlig anderes. Schreibt es in die Kommentare. Wie kann das sein? Beim Triton-Paradox nimmt man immer zwei Töne, die in einem Abstand, man sagt noch Intervall, von einer halben Oktave liegen. Eine ganze Oktave ist genau derselbe Ton, nur höher oder tiefer. Zum Beispiel C. Eine halbe Oktave entfernt vom C ist Fis. Und halbe Oktave heißt, der Ton Fis ist von beiden Cs gleich weit entfernt. So, die Töne, die ich euch gerade vorgespielt habe, sind bewusst so generiert, dass unklar ist, auf welcher Oktave sich die Töne befinden. Der Ton entsteht durch eine Überlagerung und hat sowohl was von diesem C, als auch was von diesem C. Und je nachdem, welches C man eher wahrnimmt, ist das Fis höher oder auch tiefer als das C. Und dieses Prinzip kann man auf alle Töne anwenden. Wenn man alle Halbtöne innerhalb einer Oktave als Kreis notiert, dann kriegen wir eine Art Tonuhr. Nach zwölf Halbtönen fängt der Kreis wieder von vorne an. Die Halboktaven stehen sich in diesem Kreis jeweils gegenüber. Und jetzt kommt das eigentlich Abgefahrene. Diese Empfindung der Tonhöhen ist nicht einfach random, sondern bei jedem Mensch ist diese Tonuhr anders rotiert. Meistens empfindet man die eine Hälfte oder den einen zusammenhängenden Teil dieses Kreises immer höher als den Rest. Nur bei jedem Menschen ist ein anderer Teil oben. Darauf Einfluss hat unter anderem die eigene Muttersprache und deren Tonalität. Selbst zwischen American-Englisch und British-Englisch, Native-Speakern, gab es wesentliche Unterschiede in der Wahrnehmung dieser Triton-Intervalle. Das Triton-Paradox ist ein sehr spezieller Fall und nicht direkt auf Laurel, Laurel. Übertragbar, aber es würde mich nicht wundern, wenn die Abstimmungen Laurel vs. Yanny in verschiedenen Ländern sehr verschieden ausfallen würden. Hinzu kommt, dass entweder Laurel oder Yanny in einer bestimmten Sprache vom Klang her einfach vertrauter sein könnte als das jeweils andere. Und was uns vertrauter ist, das beeinflusst uns auch. Wer zum Beispiel eine Freundin namens Laurel hat, wird wahrscheinlich auch eher Laurel hören. Und damit kommen wir zu Nummer drei. Wir hören, was wir wollen. Unser Gehirn kann sich aussuchen, was es hört. Zum Glück. Sonst hätte ich auch große Schwierigkeiten auf einer Party, wo sich alle unterhalten, mich auf mein Gespräch zu konzentrieren. Probieren wir das doch mal. Ich erzähle euch jetzt was und ihr könnt mir zuhören. Ihr könnt aber auch der zweiten Mai hinter der Kamera zuhören, die auch was zu sagen hat. Ich bin zwar akustisch viel besser zu verstehen, trotzdem seid ihr nicht dazu in der Lage, euch auf die zweite Mai zu konzentrieren. Denn die hat immerhin eine wichtige Message. Wenn also zwei Sachen gleichzeitig passieren, können wir oft unsere Aufmerksamkeit auf das eine oder andere bewusst lenken. Mit Blick auf die Soundwave von ... ... Sieht man auch eine Art Überlagerung. Die Aufnahme enthält sowohl Eigenschaften von Laurel als auch von Yanny. Am Anfang dachte man sogar, bei dieser Aufnahme handelt es sich tatsächlich um eine Überlagerung beider Wörter. Entsprechend gibt es ein paar wenige Menschen, die sowohl Laurel als auch Yanny hören können, je nachdem, auf was sie sich konzentrieren. Könnt ihr das auch? Schreibt es in die Kommentare. Manchmal hören wir aber gar nicht, was wir hören wollen, sondern was wir hören sollen. Schaut mich an und sagt mir, was ihr hört. Ba, 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 richtig? Und was hört ihr jetzt? Ba, 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 fa, 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 richtig? Falsch. Ihr habt beide Male dasselbe gehört, nämlich ba, ba, ba. Aber eure Augen haben euch gesagt, dass ihr fa, fa, fa hören sollt, was ihr dann auch getan habt. Je nachdem, was ihr seht, hört ihr etwas anderes. Das ist bekannt als der sogenannte McGurk-Effekt. Und der hat viel mit dem sogenannten Priming zu tun. Professor Nina Krauss vom Auditory Neuroscience Lab von der Northwestern hat dazu ein beeindruckendes Beispiel. Hört euch das an. Was hört ihr? Geräusche rauschen, jedenfalls nichts Bestimmtes. Aber jetzt hört euch mal Folgendes an. Und jetzt noch mal das erste. Plötzlich hört ihr jetzt aus dem Rauschen dieses The Juice of Lemons und so weiter raus. Durch die zweite Aufnahme wurden wir dazu geprimed, auf genau diesen Satz zu achten. Hätte man jetzt dazu nur die Frage gestellt, wer von euch hört Yanny? Ohne jetzt die Option Laurel überhaupt vorzugeben als Prime, hätte es gut sein können, dass viel mehr Leute Yanny gehört hätten. Allein die Vorgabe der Wörter Laurel und Yanny primet uns, also beeinflusst uns, ob wir es wollen oder nicht. Übrigens, was ist jetzt eigentlich die richtige Antwort? Der Sprachwissenschaftler Professor Brad Story hat die Wörter Laurel und Yanny noch mal sauber eingesprochen und kommt zu dem Schluss, was da eingesprochen wurde, ist Laurel, allerdings mit höheren Störfrequenzen, die an das Wort Yanny erinnern. Ich höre auch Laurel, aber falls ihr das nicht tut, macht euch nichts draus. Ich habe es zum Beispiel auch noch nicht geschafft, dieses blöde Kleid in blau-schwarz zu sehen, obwohl es das eigentlich ist. Wir sehen uns nächsten Donnerstag, Freunde der Sonne, und in der Endcard gibt es Kekse. Das Internet ist so schnell, Freunde der Sonne. Inzwischen gibt es ja schon ein neues Laurel oder Yanny, nämlich die ganze Brainstorm-Green-Needle-Geschichte. Warum ist das so? Das könnt ihr inzwischen selbst erklären. You know the drill. Jede korrekte Erklärung in den Kommentaren und bekommt von mir persönlich ein Keks-Emoji. Wir sehen uns, bleibt sicher. er. Genau. Ja.